Oha! Also entweder wird's richtig geil oder absolut desaströs. Packen wir uns schon mal gleich hier in die Ecke so rein. Ich hab die Addons dabei, die sich die Fallen selbst wieder aufstellen. Und dass ich die Fallen nicht mehr aufheben kann. Wer ist hier jemand? Nee, die ist dumm, die ist dumm, die ist dumm, die ist dumm. Ach Gott, oh Gott, oh Gott! Äh, hallo? Was ist... Oh mein Gott! Jetzt dachte ich eben schon, Cheater? Äh, hallo? Zwei. Okay. Habe ich eben... Was hatten die für einen Ping? Habe ich hier einen Geiselhaken? Ja, da... Oh Gott, ich hoffe, ich hoffe, keiner. So. Nice, nice. Hier machen wir aber gleich mal raus. Der hat einen Sprint-Boost, so wie es aussieht, oder? Nö. Ja, meinst du, ich seh dich nicht, oder was? Oh, jetzt kommt er weiter. Ja, schön in meine Fallen laufen, laufen meine Fallen. Ich hab ne Daily und so. Ja, die hat er gesehen. Schade eigentlich. Hat er nicht gesehen. Okay. Ja, one up, ne? Nämlich. Ich hätte schwein können, die hat er gesehen. Drei Fallen hab ich. Na? Na ja, das geht nicht. Warum kann ich denn nicht so nah an den Djinn liegen? Das würde ich nicht verstehen. Dann nehmen wir hier noch eine hin. Ich würde mich gerne hier so in dem Bereich aufhalten. Und die letzte. Der hier läuft gar nicht. Hier draußen? Dein Ernst? Ach, hier. Hi. Moin. Ja, von hinten an leuchten funktioniert nicht, Schatzi. Schön, schön. Ein Chef, ihr mal ruhig gefallen. Die stellen sich hier davon alleine an. Uplah. Aber ich könnte jetzt trotzdem nochmal ein bisschen weiterhelfen. Weil 30 Sekunden sind 30 Sekunden, ne? Jetzt gehen wir ja wieder hier hinten hin, zurück. Wo bist du hin? Die müsste jetzt aufgehen. Oh, bitte geh auf. Aber nicht, wenn ich drüber laufe. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war gut. Das war nice. Das hat schon gehört, als ob hier hinten einer langlaufen würde. War ja auch eigentlich fast so. Ist auch hier hinten geblieben. Last try. Last try. Moin, moin. So, hör mal, der Nächste. Wie schön, das macht Spaß. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele sind mir jetzt in die Fallen gelaufen. Den würde ich jetzt gerne tot haben wollen. Oh Gott, Meg Baby Meg Oh oh Ne, doch keine Flashlights Okay Und tschüss Den setzen wir mal zurück Ich hab's natürlich auch nicht auf Barbecue geachtet Das war vielleicht Bisschen dumm Oh oh Den war knapp So, Fang Hi Ich war grad selbst ein bisschen verrückt Aber, okay So, Barbecue zeigt mir was Alle in der Umgebung Oder in Schränken Gut, geh mal wieder zurück Hallo Nämlich D-Strike Natürlich hast du einen D-Strike Und jetzt rennen die Falle Schade Ich geh wieder zu dem Das ist keine Safe-Pel Dir trotzdem mal Risse weg Mist Mist Was machst du jetzt? Ich hab ne Idee, was wir machen Ich glaub, der Keller ist hier Ja, der Keller ist hier Ich brauch nur auch noch Kellerhooks Fällt mir grad ein Hm, hübsch ahhhh ahhhh hai ahhhh 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 Na, wo bist du lang? Da hinten. Oh, 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 oh. Du, 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 du. Leider kein Scorchhook. Die rennt da rum. Hallo. Wo ist er denn jetzt? Ah, Headon, alles klar. Quick and quiet. Headon. Nice. GG. Scorchhook bringt mir jetzt auch nichts mehr, aber das ist nicht schlimm. Der Trapper ist schon böse mit den, mit den Headons. Schön. Ja, da war nur ein Keller, wo ich weiß. Aber ich gehe jetzt auch nicht auf Krampf auf Keller. Das kann ich nebenbei laufen lassen. Wenn es sich hier kriegt, ist gut. Für mich halt nicht. Schön. Ich gehe.